Und wandelt mit bedächtiger Schnelle vom Himmel durch die Welt zur Hölle. Haben Sie den allerneuesten Shakespeare schon gesehen? Haben Sie den allerneuesten Shakespeare schon gesehen? Kommen Sie rein, Sie müssen auch nicht stehen. Geht mal wieder ins Theater, Herr Minister, Landesvater. Schaut uns nach dem und dann sagen Sie, wer ist hier zu viel? Und dann sagen Sie, wer ist hier zu viel? Und dann sagen Sie, wer ist hier zu viel? Es besteht kein Zweifel, dass Deutschland ein wunderbarer Kulturstaat ist. Dennoch wird die Kultur vor Ort zu wenig anerkannt. Die SPD setzt sich dafür ein, Artikel 20 des Grundgesetzes um die Staatszielbestimmungskultur zu ergänzen. Und damit die Kultur und den Staatsziel des Erhaltens der natürlichen Lebenskunden lang gleichzusetzen. Aber ich bin dafür! Applaus Vielen Dank, Herr Minister! Vielen Dank! Die, die wir ja bereits in der Zeitung gelesen haben, nicht zustimmen. Und ich glaube, man darf ohne Demagogie sagen, das ist unser Erfolg, liebe Theaterfreunde. Gut unterrichtete Kreise berichten, die Staatskanzlei würde bis Ende nächsten Jahres eine Übergangsfinanzierung des Theaters absichern. Ein möglicher Erfolg. Aber da müssen jetzt alle aufpassen. Und klar, so viele gehen auf die Straße, da will die Landesregierung ihr Gesicht wahren. Der Landesvater will ein gutes Bild abgeben. Aber das reicht nicht, wie es in dem Einfachsprech der Politiker heißt, die Kuh ist noch nicht vom Eis. Unsere Augen, die Augen sind offen. Unsere Augen, die Augen sind offen. Die, 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 die. Die, 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 die. Die, 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 die Wenn Sie hier diesen schönen Sommerabend hier auf dem Marktplatz in Schwerin weiter genießen. Jetzt erstmal Stomp von Ataraxia. Stomp von Ataraxia 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 Stomp von Ataraxia